Experten rechnen mit dauerhaft höherer Inflation. Wehe, wenn der Taschendieb der kleinen Leute außer Kontrolle gerät. Jetzt droht der Wohlstandskollaps. Die Bundesbank befürchtet 6% Inflation. In den USA und in Großbritannien gehen die Notenbanken gegen die Inflation vor, aber bei uns tut die EZB überhaupt nichts. Madame Inflation, diese Chanel-Frau macht Sparer und Rentner arm. Madame Inflation kommt mit der Geldflut ins Schwimmen. Frau Lagarde, das ist die Quittung für Ihre Inflationspolitik. Und der Spiegel titelte sogar die kalte Enteignung. Das jedenfalls sind die Schlagzeilen, die man jüngst in deutschen Zeitungen lesen konnte. Da schauen wir uns einmal genauer an, was überhaupt passiert ist. Die Inflationsrate betrug in Deutschland im Jahre 2021 3,1%, nachdem sie vorher 20 Jahre lang fast durchgängig unter der Zielinflation von 2% lag. Ist das überhaupt ein Grund zur Sorge bzw. zu so einer Panik, wie wir sie vorhin aus diesen Zeitungsschlagzeilen herauslesen konnten? Nun, dazu müssen wir uns wohl erst einmal anschauen, wie Inflation überhaupt entsteht. Die Veränderung des Preisniveaus lässt sich langfristig alleine mit der Änderung der Lohnstückkosten erklären. Diesen Zusammenhang zeigt uns folgende Grafik, in der die Inflation und das Lohnstückkostenwachstum in verschiedenen Ländern über einen sehr langen Zeitraum beobachtet wurde. Unser Korrelationskoreffizient R² ist mit 0,955 sehr hoch. Das bedeutet, es handelt sich hier um einen sehr starken Zusammenhang. Die Inflation lässt sich also, wie gesagt, aus der Lohnstückkostenentwicklung erklären. Wenn wir also Rückschlüsse über zukünftige Preissteigerungen treffen wollen, müssen wir uns die Lohnstückkostenentwicklung in der Eurozone und in Deutschland ansehen. In der Währungsunion lagen sie fast durchgängig unter der Zielmarke von 2%. In Deutschland erreichten sie in der letzten Dekade dieses Ziel annähernd. In beiden Fällen schossen die Lohnstückkosten 2020 in der Corona-Pandemie infolge des Produktivitätseinbruchs in die Höhe. Und die Quittung dafür sehen wir jetzt. Wir haben eine höhere Inflation. Wir hatten in dieser Krise nämlich eine besondere Situation. Einerseits ist die Produktivität stark eingebrochen. Andererseits wurde die Nachfrage durch staatliche Stimuli aufrechterhalten. Und auch die Löhne konnten nicht so schnell sinken. Eine höhere gesamtwirtschaftliche Nachfrage bei geringerem Angebot führt logischerweise zu Inflation. Doch jetzt kommt die entscheidende Frage. Wird das dauerhaft sein? Werden die Löhne jetzt stärker ansteigen und damit die Nachfrage dauerhaft höher als das Angebot sein? Und hier muss man ganz klar sagen, nein, die Löhne steigen nur sehr schwach und sie dürften auch in absehbarer Zeit nicht sonderlich stark ansteigen. Der Arbeitsmarkt hat sich schließlich immer noch nicht von der Pandemie erholt. Die Zahl der Erwerbstätigen ist geringer als Anfang 2020 und die Zahl der Arbeitslosen ist höher. Da die Corona-Pandemie nach nun über zwei Jahren nun langsam zu enden beginnt, dürfte auch die Produktivität wohl bald wieder Vorkrisenniveau erreichen. Die Lohnstückkosten aber sind der Quotient aus Lohnkosten und Arbeitsproduktivität. Und wenn die Lohnkosten sehr schwach steigen und die Produktivität steigt, dann sinken die Lohnstückkosten. Und genau das prognostizieren Experten für Deutschland. Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung sagt sowohl für 2021 als auch für 2022 sinkende Lohnstückkosten voraus. Jetzt könnte man fragen, aber was ist denn mit dem Mindestlohn? Der wird doch auf 12 Euro erhöht und davon sollen doch Abermillionen Beschäftigte profitieren. Nun, dazu hat die Bundesbank in ihrem Monatsbericht vom Februar 2022 Folgendes geschrieben. Die Inflation wird laut diesem Bericht 2023 um 0,06 Prozentpunkte und 2024 um 0,14 Prozentpunkte höher ausfallen. Das wäre, sollte es denn so eintreffen wie prognostiziert, lächerlich wenig. Nach allem, was wir bisher gesehen haben, ist es also relativ klar zu prognostizieren, dass die Inflation sehr bald wieder zurückgehen wird. Aber Moment mal, haben uns das die Ökonomen nicht auch letztes Frühjahr in den USA gesagt, als es hieß, die Inflation sei nur vorübergehend und werde bald wieder zurückgehen? Ja, das stimmt, diese Fehlprognosen gab es. Aber in den USA ist die Situation eine völlig andere als in der Eurozone. In der Eurozone steigen die Löhne, wie gesagt, nur sehr schwach. Und in den USA zogen die Löhne schon letztes Jahr sehr stark an. Mittlerweile steigen sie dort 6 Prozent pro Jahr. Das ist meilenweit von dem weg, was wir hier in der Europäischen Währungsunion und auch in Deutschland sehen können. Hinzu kommt, dass in den USA mitten in die anziehende Inflation hinein ein Hilfspaket geschnürt wurde, was einen Umfang von 1,9 Billionen Dollar hatte. Und genau das ist in der Europäischen Union bzw. in der Eurozone definitiv nicht zu erwarten. Denn ab 2023 soll der Vertrag von Maastricht, der die Neuverschuldung pro Jahr auf 3 Prozent des Bruttoinlandsproduktes begrenzt, wieder in Kraft treten. Das würde eine neue Ära der Austeritätspolitik in Europa bedeuten. Vor allem angesichts der Tatsache, dass Privathaushalte und Unternehmen mittlerweile zu Nettosparern geworden sind. Die Defizite, die zur Verhinderung einer Deflation nötig wären, dürften aber deutlich höher liegen. Das heißt, auf mittlere Sicht ist die größere Gefahr für die Eurozone nicht Inflation, sondern Deflation. Das heißt, auf mittlere Sicht ist die größere Gefahr für die Eurozone nicht Inflation.